Herzlich willkommen zurück zu Pixelmon. Ich muss mal ganz kurz die Uhr hier, mein Timer, der tickt nämlich laut, wenn der Sound an ist. So, wir gehen auf den Server. Sind noch ein paar Leute drauf, die Vanilla, Maxi und der Sachse. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwo stehe. Ich stehe in der Höhle, ne? Was war das denn für ein Geräusch? Was ist das? Das klingt, als ob hier einer zu Team... als ob ich gerade in einem Teamspeak sitzt und einer die Geräusche macht. So, ich gehe wieder raus. Die müssten jetzt alle den Server so langsam verlassen. Vanilla zuerst, dann Maxi, dann der Sachse. Max, sag ich doch. Und jetzt müsste eigentlich auch gleich der Sachse abhauen. Er hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich trainieren sollte. Sollte ich wirklich... Yes! Ähm, getroffen. Nice. Äh... Blut. Kampfkratzer. Fisch haben wir. So. So, noch der Sachse da. Ähm... Da hinten ist noch ein... Ein Karpador. Oh, Level 17. Bist du auch Level 17? Dass der Sachse mich holt. Der Sachse hat ein Pflanzen-Pokémon. Könnte ich machen. Also würde ich schaffen. Auch wenn er Level 18 und 20 hat. Welches Level hast du? 17. Ich habe Mirapla, aber Miraplas Level schießt mich tot. Weißt du, wir schaffen das? Versuchen wir es. Außerdem bin ich auch noch paralysiert. Ähm... Oh, wie Poison ist das? Ist ja noch schlimmer. Ähm... Miraplas auch fast tot. Absorber. Absorber. So. Absorber. Ja. Geht doch. Außerdem kriegt Oddish jetzt ohne Ende Level. So. Ich weiß gar nicht. Wir sind, glaube ich, in Woche 2. Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm... Ich muss auf jeden Fall schnell ins Pokémon Center einmal. Denn ich will trainieren. Und im Pokémon Center können wir dann eben... Warte mal. Hier irgendwo... Ich muss danach hierhin zurück. Und mein Loch suchen. Wo ich wahrscheinlich... Was willst du? Was willst du? Willst du kämpfen? Du willst nicht kämpfen, oder? Du willst nicht kämpfen. Jetzt ist er gegangen. Was war das denn von ihm? Da hat er sich wahrscheinlich selbst erschrocken, oder? Aber ich weiß, dass er halt... Ähm... Ein höheres Level hat. Äh... Er hat seine schon auf... Äh... 20. Wäre eng geworden. Wäre eng geworden. Und ich glaube... Er hat sich jetzt selbst ein bisschen erschrocken, dass ich auf einmal da stand. Äh... Ich weiß gar nicht. Sind wir jetzt Woche 2? Ich bin mir unsicher. Ich stelle mal eben hier... Einen Ofen hin und mache mir Essen. So. Äh... Ein Lamus. Das ist wahrscheinlich zu high Level. Ja. Okay. Ich müsste theoretisch auch noch... Ein Abra? Kadabra sogar. Okay. Nice one. Aber gegen den Sachsen wollte ich jetzt nicht kämpfen. Hat mich gewundert, dass er auf einmal da... Der versteckt sich da. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo er ausgelockt hat. Also... Vielleicht sollte ich mal eine Information verkaufen. So. Ich esse mal was. Für den Fall, dass ich wegrennen muss. Muss ich alles, was ich mir jetzt gerade gefangen habe, leider wieder wegfressen. So. Haben wir noch einen Fisch zum Essen. Na gut. Muss reichen. Ich muss trainieren. Haben wir ja gesehen. Wenn der Sachse kommt, dann hätte ich ein Problem gehabt. Aber die haben halt auch alle so hohe Level hier. So. Äh. Glut. Äh. Tempo-Heap. Tempo-Heap. Ich will es nicht fangen. Chicken. Uthut verliert Chicken. Shillock. Du bist leider zu hoch. Lady Bar. Lady Bar. Machen wir auch fertig. Ich trainiere jetzt erstmal Panflam, weil das ist so das, woran ich mich orientieren muss. So. Panflam hat Level... 15. Das ist da immer so verbuggt. Ne, eigentlich nicht. So. Nächste. Glut. Wo läuft. Rot Chicken. Ach, jetzt verliert ihr Rot Chicken. Als ich es damals gebraucht habe... Level 23. Könnte ich fangen. Nee, könnte ich nicht, weil mein Panflam nicht High Level, äh, der Flame Level ist. Da ist ein Käfer. Äh. Lady Bar. Kamurks. Level 11. Wäre cool, wenn ich ein Feuer-Pokémon finden würde. Lady Bar. Aua. Lady Bar. Lady Bar. Kratz-Furie. Lady Bar. Äh. Nee, komm. Lady Bar. So. Könnte ja jetzt Meryl mal trainieren. So. Komm her. Komm her. Komm her. Außerdem wurde geschrieben, dass Meryl Speckschicht hat. Was eine verdammt gute Fähigkeit gegen... ...Eis und... Lady Bar. Feuer-Pokémon... ...Pokémon ist. Lady Bar. Meine Fresse. So. Äh. Äh, finde ich gut, dass ihr mir sowas ausschreibt. Habe ich persönlich nicht gesehen. Ah, das wird ein... ...anstrengender Kampf. Super Sonic. Hat er mich jetzt verwirrt oder nicht? Ist confused, ja. Yes. Lady Bar. Nice. So. Lady Bar verliert nix. Okay. Lady Bar. Roddish. Trainieren. Hm? Hm-hm. Kramurx ist hier verdammt oft nachts. Slow. Slowpoke. Dalu hat ein Raichu, habe ich gesehen. Slow. Dank Donnerstein. Ich muss, wie gesagt, eigentlich noch in die Ecken fahren. Und den Looter holen. Aber... ...hab man ja keine Zeit für. Ich habe dich gesehen, Klappador. Wo bist du? Wo bist du? Ist weg. Dafür gehe ich ins Wasser. Oh. Hau ab. Goddammit. Das hat mich voll erschrocken. Ich dachte, es wäre ein Spieler online. Den ich, äh... ...übersehen habe. Was ist denn das für Sounds? So, einmal hier heilen. Bing. So, ähm... Ich gehe jetzt mal in mein Loch. Oder zu meinem Loch. Ich darf nicht so viel rennen. Ich weiß, dass der Sachse da ausgelaugt hat. Das heißt, wenn der Sachse das nächste Mal spielt, darf ich dem nicht direkt hinterher joinen. Weil er mir dann da auflauern kann. Ich meine, er würde nicht damit rechnen, dass ich jetzt hier bin. Wahrscheinlich ist aber das Loch hier schon wieder zugefahren. Wo habe ich mich denn eingebuddelt? Das war aber hier. Das war hier. Außerdem kann ich hier noch... Oh. Welches Level hast du? Viel zu hoch, ne? Ja. Weberwack. Level 13. Schaffen wir dich. Ja, Poison. Dieser scheiß Poison-Effekt. Weberwack ist ein geiles Gift-Pokémon, habt ihr mir geschrieben. So. Aber... Kriegt Meryl eigentlich jetzt noch Schaden, wenn wir laufen? Okay. Das spielt Ping-Pong. Äh, wo war das? Das war doch hier, oder? War das nicht hier irgendwo? Du gehst mir ganz schön auf die Eier. Weißt du das? Das wollte ich nicht. Komm mal her. Wo war das? Scheiße. Ich finde das nie wieder, Leute. War das hier? Nee. Das ist Gwenz seine Höhle, glaube ich. Hier bin ich reingegangen, glaube ich, am Anfang, ne? Alter. Alter. Potrott. Level 22. Meryl ist Poison. Schaffen wir das? Äh, Blubstrahl. Das hat nämlich einen Gestein-Nebentypen. Shuckle schläft. Gut. Ist natürlich wieder eine super Kamera hier. Mist. Okay, Meryl hat es nicht geschafft. Äh, Oddish. Oddish. Ich will nur, dass Oddish, äh, Erfahrungspunkte kriegt. Das heißt, ich wechsle leicht auf... Dings. Oddish. Okay, jetzt muss ich wechseln. Äh, Pokémon. Ich kann es nicht wechseln. Ich habe doch nichts. Oddish. Absorber. Überlebt er. Das überlebt Oddish nicht. Da, es ist schon wieder voll. Es ist doch... Oddish. Es ist doch zum Mäuse melken. Potrot ist ein richtig krasser Tank, ey. Ah, jetzt... Nehmt einer die Kohle nicht mit. Ich hoffe, hier ist keiner... Das war bestimmt mein Dings. Oh, nee. Hat sich hier einer bedient. Das war bestimmt mein Eisen. Wer farmt denn hier so wie einen Bekloppten? Ich gehe jetzt hier einfach runter. Dick da. Wer farmt wie so ein Bekloppte hier? Wer ist das? Egal. Ich werde jetzt ganz schnell nochmal zum Center gehen. Ich habe wieder nichts geschafft, die Folge. Okay, wir haben ein bisschen gelevelt. Wir sind näher an 20 dran. Meryl haben wir ein bisschen kämpfen lassen. Komme ich noch draußen in der Zeit? Ich hoffe. Ich möchte mich nämlich heilen. Fuck. Wohin? Nicht hier runterfallen. Das ist jetzt wichtig. So. Ja, Fisch haben wir noch einen. Wow. Die haben jetzt... Ah, ich habe noch ein Hot Chicken. Das kann ich mir auch noch beraten. Ja, zwei Stück. Das bringt auch nochmal drei Essen. Das heißt, ich kann das hier... So. Okay, Pingla. Wasser-Pokémon gibt es hier... Was ist mir erschrocken, Meryl? Wasser-Pokémon gibt es hier ja genug. So, mein Wecker klingelt gleich. Ah, zu Meryl. Ja, da sind wir ja scharf drauf. Zu Meryl entwickelt sich auf 20, glaube ich. Und der Meryl zu, zu Meryl. So, einmal geheilt. Dann verziehen wir uns. Ich weiß noch gar nicht, wohin. Ich gehe da hinten hin. Ja, ja. Ja, ja. Dieser Wecker frisst viel zu viel Zeit, ey. So, ich will auch noch hier... Hier hat sich auch einer eingebuddelt, aber... Stimme ich jetzt hier rein und logge aus. Wir sehen uns im nächsten Part von Pixelmon. Ciao, ciao.